Morgen ist im DGB eine Frauenveranstaltung, also eine gute Nationalveranstaltung der Frauen, dass man sich da einbringt und auch die Frauen an Frauen appelliert, hier zum Beispiel Bibel zu schreiben, aber auch versuchen die Presse einzustalten, das heißt, da wird sich die Presse da sein und dann wird es auch sein. Auch am 11., das ist Donnerstag, wird die Verein...